Hallo ihr Lieben, ich bin Christian Eschemeyer, Praterapeut und Beziehungscoach Hamburg-Berlin an vielen Punkten in Deutschland, Plump-Psychologe und diesmal wieder über die Themen Dating-Beziehung und Liebe. Wir haben heute ein cooles Thema, ich sage nur noch vorab, kommt gerne auch meine Liebeschip-Facebook-Gruppe rein, die heißt Liebeschip-Exkalibur, da werden gerade geguckt, ob man so vor Ort Liebeschip-Gruppen macht. Es ist keine Dating-Ratschlaggruppe, sage ich gleich so. Es geht dann mehr so um neue Beziehungen und Liebe allgemein. Aber vielleicht ist das was für euch. Am 1. Juni geht dann erstmal das letzte Mal die Selbstliebe-Challenge Advanced los und Ex-Detox-Kurs. Auch eine sehr coole Geschichte. Ja, wir haben jetzt heute eine Geschichte. Ich fasse die mal so ein bisschen zusammen. Also zwei Menschen lernen sich kennen. Es ist eine Fernbeziehung. Der eine Partner hat große Kinder. Der Mann, die Frau hat kleinere Kinder. Ich lese das jetzt mal nicht so alles vor. Es sind viele Kilometer dazwischen. Und der Mann besucht noch seine Kinder bei der Ex-Frau viel, macht da viel, hat Schlüssel, macht dies, macht jenes. Und die Frau, die jetzt hier geschrieben hat, die nervt das halt. Und sie hat auch relativ spät die Kinder und die Eltern kennengelernt. Die Ex-Frau sitzt dann auch überall im Tisch immer. Und ja, es kommt jetzt immer mehr Reibung. Wobei es völlig klar ist, dass zwischen den beiden nichts mehr läuft. Und ich steig jetzt mal ein in die Mail. Aber letztens hatte die Ex-Frau von meinem Partner Geburtstag und er war den ganzen Tag dort. Als ich ihnen zur Rede stellte, ob das nicht mal aufhört, sagte er mir, dass ich ja auch eingeladen wäre und ich da einfach mitkommen könne. Ich fand das doof. Auch hier waren wieder Eltern eingeladen und letztlich saß die alte Familie zusammen. Aber ich hätte ja dabei sein können. Auch sollte ich einmal zu ihm kommen, um an einer freundschaftlichen Aussprache mit allen teilzunehmen. Aber da habe ich mich geweigert. Warum muss ich mit der Ex sprechen? Wegen was? Irgendwie hat er sich da meiner Meinung nach aus der Verantwortung gezogen. Ja, was ich auch in Zukunft immer mehr fokussieren möchte, ist so, dass nicht nur das innere Kind, das ist ja nicht immer das innere Kind, sondern auch das Ego. Also hier ist ja auch natürlich sein Ego auch angefressen. Sein es vielleicht auch, weil er nicht macht, was du möchtest. Und ich möchte immer mehr dahin arbeiten, dass wir das Ego so rauslassen. Also das heißt, du kannst einfach überlegen, passt mir das, passt mir das nicht. Aber was er hier vorschlägt, ist nicht in sich toxisch, sondern es ist seine Art, wie er Beziehungen leben möchte. Nämlich in der alle integriert sind. Und das ist sein gutes Recht zu sagen, ja, ich möchte diese Kontakte so nicht aufgeben. Klar, da kann man jetzt sagen, er hat sich nicht genug getrennt von seiner Ex-Frau, aber was bringt dich das weiter? Ich meine, da gibt es keine gesetzlichen Ratschläge. Das Bundesbeziehungsministerium hat da noch nichts zugesagt. Also er darf das so und du kannst überlegen, ja, passt das für mich, passt das nicht? Ja. Er übernimmt die Verantwortung nicht so richtig, das selbst in die Hand zu nehmen. Nach einem Jahr Beziehung war ich mal in einer Notsituation, hatte Probleme in meiner Wohnung und habe ihn gefragt, ob er zu mir ziehen würde. Ja, ist auch völlig fair von dir, das zu fragen, aber er muss es nicht, ne? Dann hätten wir mehr Zeit und Alltag miteinander. Aber er sagte damals, er würde mir Geld dazugeben, er wisse nicht, wann er zu mir zieht, könnte einige Jahre dauern. Auch das ist für mich kein Future-Faking. Er sagt ganz klar, mache ich nicht, will ich nicht, vielleicht irgendwann, aber ich sehe dich, ich höre dich und ich unterstütze dich, ne? Das ist also für mich eine faire Art, die einem nicht gefallen muss, wie er Beziehungen lebt, ne? So, das war hart für mich, bin dann umgezogen, eine kleine Wohnung. Es gab viel Theater, weil es noch viele andere Kleinigkeiten gab, mit der wenigen Zeit. Also offensichtlich gab es ja einfach zu wenig Zeit zu zweit in der Beziehung, weil die auch noch die Fernbeziehung hat und er woanders gearbeitet hat. So. Ich war auch nicht immer noch im Drama, weil es mich saugwütend macht, dass er mich nicht versteht. Ich raste manchmal richtig aus. Ja, ich habe mittlerweile, würde ich immer denken, wenn man ausrastet, muss man auch wirklich auch an sich arbeiten, weil es was anderes ist, ob ich klare, kühle Grenzen setzen oder ob ich ausraste. Ausrasten ist immer sowas, wo der andere dann sagen kann, oh, die rastet immer aus und im Alter und das eigene spürliche Sauberhalten gehört auch dazu, dass man nicht mehr ausrastet, sondern einfach konsequent ist und Konsequenzen zieht. Das würde ich dir auch raten. Das kenne ich für mich nicht und ich komme da nicht raus. Nun folgte eine On-Off-Beziehung bis heute. Jetzt will ich diese Beziehung nicht mehr, aber er läuft mir hinterher und ich lasse es zu. Schließlich ist er sehr fürsorglich liebevoll, kommt mit den Kindern zurecht, er steht einfach vor der Tür. Er sagt, dass er jetzt mit mir zusammenleben möchte und eine Wohnung suchen will, aber ich will das nicht mehr, weil ich es satt habe, jeden Fortschritt in der Beziehung zu erstreiten. Trotzdem zögere ich, weil ich oft denke, dass ich im Unrecht bin. Er geht einfach nicht. Naja, der kommt so lange, wie du es zulässt. Meine Kinder hängen auch an ihm. Ich habe das Gefühl, dass mir die Zeit davonläuft. Ich habe kein Problem mit dem allein sein. Das kann ich gut, denn nur noch möchte ich eine Partnerschaft. Viele Kompromisse gehen mal für eine Beziehung ein. Sollte ich nicht einmal die Zeit genießen und die Frau Frau sein lassen? Schließlich hat er auch seine Vorteile. Ich bin keine Klette, aber ich wünsche mir eine richtige Partnerschaft mit Phineas. Das habe ich ihm auch so gesagt. Er argumentiert dann immer, dass er Zeit braucht, an seinen Eltern hängt und dass es eben an der Familie liegt, wie er vorher hatte. Und eigentlich hätte ich ja alles von ihm. Ich weiß, ich sollte nicht so viel bei ihm schauen, sondern bei mir. Warum habe ich ihn ausgesucht? Warum komme ich da nicht raus? Ich arbeite wirklich sehr daran, aber im Moment komme ich nicht weiter. Ja, also für jede Lösung einer schwierigen Beziehungssituation braucht es Trennungskompetenz. Das ist immer so leicht gesagt. Aber ohne die, ja, keine Chance, sage ich mal, da wirklich mit kühlen Kopf solche Sachen zu entscheiden. Ja, wie kann man das jetzt so ein bisschen auch spirituell angehen? Also da würde ich so sagen, hey, ihr habt euch gegenseitig angezogen. Du bist offensichtlich mehr in diesem Verlustängstlichen. Er ist vielleicht mehr so ein Bindungsängstlichen. Das ist ja immer wieder so, dass das Universum uns so matcht. Wenn ich ein Thema habe mit Verlustangst, kriege ich einen Bindungsängster präsentiert, damit ich an meinen Themen arbeiten kann. Er kriegt mich präsentiert, damit er an seinen Themen arbeiten kann. Ob das die Personen dann machen oder nicht, ist nicht in unserer Macht irgendwie. Und wir dürfen, glaube ich, auch so langsam gucken, wie kommen wir in Richtung, ja, neue Sicht auf Beziehungen, die eben nicht so dieses Schwarz-Weiß-Denken haben. Und wenn er sagt, hey, ich möchte hier mit allen Menschen im Frieden leben und alle sitzen an meinem Tisch, ist das seine Art. Es ist absolut in Ordnung. Nur du musst es nicht wollen. Und wenn, ich würde da jetzt nicht mit so einer Wut rangehen, dass er nicht das macht, was du gerne möchtest, sondern würde sagen, hey, es gibt, also das finde ich einen spirituellen Gedanken, es gibt vier Milliarden Männer, da gibt es immer noch jemand anders, egal wie alt ich bin. Ich kann immer die Chance, jemand anders zu finden. Ich brauche nicht in so einen Mangel denken zu gehen. Du kannst aber auch sagen, okay, er macht sein Ding. Schau mal, präsentiert mir das Universum hier jemand, der etwas besser kann als ich, nämlich ganz stur sein Ding machen. Ich bin vielleicht besser mit Intimität oder so, kann schon sein. Und kann sagen, hey, dann nutze ich ihn mal als Arschengel, ich lerne davon und mache jetzt auch, also nicht aus Wut, sondern aus Selbstliebe komplett mein Ding. Und das könnte ja jetzt zum Beispiel heißen, dass du sagst, okay, on-off ist ja eh scheiße. Okay, wir haben kein Commitment mehr. Wenn wir uns Bock haben, uns zu sehen, machen wir das. Machen safe Sex irgendwie. Du bist frei, ich bin frei. Ich suche mich jemand anders für meine zusätzlichen Nähebedürfnisse, beziehungsweise solange ich jemand anders gefunden habe, können wir ja noch weitermachen. Aber ich bin nicht mehr bereit, nach deiner Pfeife hier zu tanzen. Auch wenn es eine liebevolle Pfeife ist, die er da hat. Es ist trotzdem seine Pfeife. Und das ist wirklich ein spiritueller Angang, zu sagen, ja, ich akzeptiere das, was ich mir ja mit erschaffen habe, was das Universum mir zeigt, durch vielleicht, was ich auf Seelen Ebene mir selber erschaffen habe irgendwo. Gehe damit intelligent um, aber lass mich von meinem Weg keinen fucking Millimeter abbringen. Und er ist offen und transparent und macht voll sein Ding. Ich bin auch offen und transparent und macht voll mein Ding. Und das sieht eben so aus. Ja, dann haben wir halt eben Freundschaft Plus und oder was weiß ich, wie wir das nennen hier. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So, ne? Dann, ja. Und dann würde ich, weil dann würde dieses, du wirst aus dieser Ohnmacht rauskommen. Und das würde, glaube ich, auch eure Beziehung irgendwie beleben, wenn du einfach sagst, ja, okay, da haben wir eben keine fucking Beziehung mehr. Ist mir doch scheißegal. Mach, was du willst. Setz dich mit dir an den Tisch und feiert von morgens bis abends. Und ich mache auch mal ein Ding. Und ansonsten wenn wir Bock haben aufeinander, machen wir das. Und wenn nicht, lassen wir es halt. Fertig ist die Laube. Würde ich eine sehr coole Position finden. Ja, wie seht ihr das? Schreibt gerne mal drunter. Ich freue mich auch über Kanalmitgliedschaften bzw. Subscriptions auf Twitch. Ist immer sehr motivierend. Und ja, kommentiert gern viel und so weiter. Liked und der ganze Scheiß. Und wir haben es mal hier.